Hallo und herzlich willkommen, verehrte Freunde des flackernden Bildschirms hier bei UFROBO. Wir packen heute die PS4 Pro aus, zusammen mit meiner liebreizenden Assistenz Dennis. Ich grüße dich. Ich grüße euch. Hi. Ich grüße dich auch, Dennis. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, blenden wir unten nochmal eine Zeit ein, da könnt ihr hinspringen, falls ihr diesen kleinen Monolog jetzt nicht hören wollt. Denn wir planen Änderungen, also wir drehen auf jeden Fall noch zwei Folgen hier nach UFROBO und da hätte ich gerne mal eure Meinung. Sollen wir noch irgendwas machen? Ihr dürft euch alles wünschen, irgendeinen Quatsch machen. Also nicht, was wir auspacken, das steht fest. Also die Nintendo Classic, also das NES Mini packen wir noch aus und die Special Edition von Dishonored 2. Also nicht der Inhalt, sondern wie wir es machen. Also ob wir jetzt komische Schnitte reinmachen sollen, Leute erschrecken, immer einen Gast dabei haben. Schreibt es einfach mal in die Kommentare und ich bin gespannt, was euch da so vorschwebt und was wir umsetzen können. So, jetzt sind wir wieder zurück und packen die PS4 Pro aus. So sieht es aus. Ja, denn wir sind ab heute echte Pro-Gamer. Das waren wir eigentlich schon immer, aber heute noch mehr. Warum ist denn da Call of Duty drauf? Infinite Warfare, liegt das bei? Ne, da ist Werbung für Spiele, die das unterstützen. Weil es gibt ja auch noch nicht so viele Spiele, die später diese ganzen Features unterstützen. Also Horizon Zero Dawn wird das tun, Last Guardian, Uncharted 4 schon und natürlich Infinite Warfare, Tomb Raider auch. Also ein paar Sachen, wo man dann die brillanten 4K-Bilder sieht, gibt es, wenn man einen 4K-Fernseher hat. Wenn man einen 4K-Fernseher hat, ja, das stimmt. Und hier drauf steht, was später drin sein wird. Die Konsole, die ein bisschen anders aussieht, Pad und diverse Kabel. Wir gucken jetzt einfach rein. Schnipp, offen. Gucken wir mal rein. 399 Euro kostet der Spaß. Hast du so viel Geld? Verdienst du so gut hier als studentische Hilfskraft? Das war kein Problem. Da müssen wir gleich drei Stück fahren. Dachte ich mir. Und lügen kann der, das ist unglaublich. Also was sind das denn hier für komische Anleitungsheftchen? Garantie, Sicherheitsanleitung und was steht hier? Herzlich willkommen im wunderbaren Leben eines PS4-Spielers. Da bin ich ja froh. Kann man ja auch VR dann schön anschließen. Also es ist, glaube ich, schon ein Kaufgrund für einen 4K-Fernseher. Jedoch, der größte Nachteil ist ja, weißt du es schon, das Ding hat kein UHD-Laufwerk drin. Das ist richtig. Also, was hat sich Sony dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Ja, was haben wir noch alles hier? Ein HDMI-Kabel, super spannend. Einmal Kopfhörer. Ein USB-Ladekabel für den USB 3.1-Anschluss. Das ist der neue Pro-Controller. Was ist da anders, Dennis? Es ist ein neues Lämpchen dran. Ja, habe ich auch gehört. Ansonsten sieht er genauso aus wie der alte wahrscheinlich. Ist er ein bisschen besser zu bedienen. Also hier unten ist auch so geriffelt. Ich weiß gar nicht, ob das bei dem alten auch so war. Ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Xbox One S-Controller. Also, Detailverbesserung. So. Der Controller, feine Sache. Doch jetzt, lieber Dennis, geht es ans Eingemachte. Die neue Konsole mit dem Extra-Rippchen. Mit dem Extra-Rippchen dann, genau. Ordentlich was aufs Rippchen. Rippchen mit Kraut. Kennst du das eigentlich auch? Ja, auf jeden Fall. Rippchen mit Kraut. Das kenne ich. Die Hessen sind eh die besten Leute. So schaut es nämlich aus. So. Schön verpackt. Und es glänzt, also es blinkt und glitzert. Ein spiegelndes Playstation-Logo. Nicht schlecht. Und es ist auch wieder so ein leicht schräger Klotz. Ja, das ist hier, glaube ich, vorne. Ja, mit den zwei vorderen USB-Anschlüssen. Hier kommen die Disks rein. Die Blu-Ray Disks, nicht die 4K-Disks. Und hinten, das ist noch ganz interessant, da sind die ganzen Anschlüsse. Schau, da frage ich dich jetzt einfach mal ab. Was ist denn das? Der Stromanschluss. Sehr gut. Und daneben? Der HDMI-Anschluss. Das stimmt auch. Und da? Das ist der Kamera-Aux-Anschluss. Nicht schlecht vorbereitet. Ja, Wahnsinn. Und das da? Und das ist der TOS-Link, der optische Audio-Ausgang. Das ist ja der Hammer, das stimmt. Damit kann man dann noch besseren Sound abgreifen. Und das? Das ist jetzt einfach? Das ist der USB-Anschluss noch. 3.1. Und daneben hast du noch? Das Netzwerk, den Netzwerkanschluss. Genau. Wenn man kein WLAN nutzen will, sondern einfach nur LAN. Und von unten will ich es auch nochmal zeigen, weil, habe ich gerade gesehen, der Rutschschutz ist in den typischen Playstation-Controller-Zeichen, also so Kreis, Dreieck, Viereck, X. Super, oder? Also hier drauf steht es dann auf dem Tisch. Ist der Wahnsinn. Hier ist noch was zugeklebt. Ich denke mal, das ist die Festplatte. Die kann man dann einfach austauschen, wem ein Terabyte zu wenig ist. Der steckt einfach zwei Terabyte rein. Denn, wir wissen alle, irgendwann ist ein Terabyte auch zu wenig. Ja, fehlt im Grunde nur noch ein kleiner Größenvergleich. Denn die ist schon ein bisschen mächtiger als die alte. Dennis, wenn du mir die mal anreichst. Einmal die alte PS4. Das ist die alte PS4. Das ist die ganz neue. Dazwischen gibt es noch die Slim-Variante mit einem Rippchen. Und die ist dann auch noch ein bisschen leichter. Also man merkt schon Gewicht. Also das ist über 3 Kilo, das ist unter 3 Kilo. Was genau? 2,8 und 3,3. Und die Slim hat 2,2. Also ist viel leichter. Also zwischen den beiden sind 5 Tafeln Schokolade Unterschied. Kriegt ihr hin. Stell es mal oben drauf. So, kann man sich auch ein Türmchen bauen. So eine Pyramide. Wer die alte schon hat, muss natürlich überlegen, ob sich die neue lohnt. Ich denke ja, aber ist eure Entscheidung. Könnt ihr euch überlegen. Oder ihr kauft euch einfach ein NES Mini. Das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Wie viele Anschlüsse hat die Konsole? Insgesamt 3 Stück und einer ist hinten. Die anderen beiden verteilt. Warum ist einer hinten? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, weil man auch gerne hinten mal was reinsteckt. Jetzt kommen schon die schmutzigen Jokes. Nein, das war kein Joke. Ich meine, man lädt da halt sein Pad auf. Okay. Aber ich habe Dennis einen Witz vorbereiten lassen. Sein Lieblingswitz soll er erzählen. Und ich kenne ihn noch nicht. Ich bin jetzt auch selbst gespannt. Bitte, Dennis. Ja, pass auf. Der wird euch umhauen. Was sitzt auf einem Baum und macht Aha? Ein Uhu mit Sprachfehler. Das ist ein Netzkabel. Mann, das ist dein Lieblingswitz. Warum haben wir dich eingestellt? Ich dachte einfach, der gefällt dir. Ja, nee. Der trifft deinen Humor. Ja, fand ihn super. Ja, das ist dein Lieblingswitz.